Hi Leute und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Chekos Backstube. Ich hatte mal wieder etwas Blätterteig daheim, habe mir überlegt was kann ich damit machen, das ist dabei rausgekommen und wie das funktioniert seht ihr wie immer nach dem Intro. Zuerst mal nehmt ihr euren Blätterteig, einfach hier mal aufschneiden, aus der Packung schieben. Ich lege den immer schon mal eine Stunde raus, bevor ich ihn benutze. Dann ist er etwas warm und lässt sich hier schön aufrollen, ohne dass er reißt. Danach habe ich hier mal noch ein paar Duplos. Ihr müsst übrigens keine Duplos nehmen, ihr könnt auch irgendwie einen anderen Schokoriegel nehmen, je nachdem was euch hier schmeckt und was ihr gerade daheim habt. Das forme ich mir aus hier zu einem Rechteck, schneide das dann mal ab, nehme dann mal das Duplo, schiebe das an den Rand und rolle das schön ein. Soweit einrollen, damit das Ganze am Ende schön quadratisch ist und ungefähr so aussieht. Dann gebe ich das mal auf eine Backfolie, wo ich das später auch backen will. Nehme etwas Nutella, schmiere das dann da drauf, also schön großzügig sein. Da braucht ihr nicht rumgeizen, Nutella geht immer mit dem Messer noch etwas verstreichen. Danach kommt eine Banane, die schäle ich hier mal ab. Ihr müsst übrigens auch keine Bananen nehmen, Erdbeeren oder Blaubeeren tun es auch. Ich habe mich hier allerdings für Bananen entschieden. Die schneide ich jetzt hier mal in Scheiben und verteile die dann auf dem Nutella. Ich bringe hier ungefähr zwölf Scheiben drauf. Die Banane war etwas schief, von dem her hat das ganz gut gepasst. Dann mache ich hier noch ein paar Blätterteigstreifen zur Dekoration. Einfach hier ein paar Mal so drüber, was über den Rändern hinausgeht, schön abschneiden. Und dann wäre das Teil fast schon fertig. Wir nehmen noch etwas Milch, bepinseln den Teig noch etwas, einfach schön draufpinseln. Und danach ist unsere Blätterteigtasche auch schon fertig fürs Backen. Macht auf jeden Fall jetzt schon mal einen guten Eindruck. Den Ofen heize ich vor auf 180 Grad, Ober- und Unterhitze. Und dann gebe ich das Ganze mal hier hinein. Und zwar wird das so circa 20 Minuten gebacken. Man kann hier immer richtig schön beobachten, wie der Blätterteig aufgeht. Wer mag, kann sich also 20 Minuten vor den Ofen stellen und zuschauen. So schaut es am Ende aus. Schön goldbraun gebacken. Es ist alles durch geworden. Ich gebe die Folie hier mal auf einen Auskühlrost. Dann ziehe ich die mal kurz weg. Einfach wie bei der Tischdecke ziemlich schnell anziehen. Dann löst sich das. Lass das mal nach zwei Minuten ankühlen, damit es nicht zu heiß ist und wir das auch essen können. Gefällt mir auf jeden Fall aber schon mal sehr gut. Nach zwei, drei Minuten entnehmt ihr es dann. Einfach hier runterrutschen lassen. Und eure Nutella-Tasche ist auch schon fertig. Ich mache hier mal vier Stücke, nachdem wir ja ein Vier-Personen-Haushalt sind. Und nachdem die Kinder ja leider nicht da sind, muss ich natürlich zwei Stücke essen. Ist aber kein Problem. Wir schauen uns das Stück nochmal an. Man sieht hier unten schön den Blätterteig. Dann kommt das Nutella und die Banane. Macht sich schon mal super. Am Rand könnt ihr auch noch das Duplo erkennen. Das ist ja hier mit weißer Schokolade gewesen. Ihr könnt aber hier natürlich den Riegel eurer Wahl verwenden. Ich finde, auf jeden Fall ist es schon mal ganz gut gelungen. Das Backergebnis ist auf jeden Fall super. Wir probieren das Ganze natürlich auch gleich noch. Ich schneide das hier mal mit Messer und Gabel ab. Und das ganze Ding schmeckt natürlich echt klasse. Nutella und Schokolade ist ja immer gut mit Blätterteig. Also das kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr mal einen daheim habt und noch was ausprobieren wollt, macht es auf jeden Fall mal nach. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, welchen Riegel ihr euch auf der Seite einrollt und wie es euch geschmeckt hat. Dabei wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß. Lasst gerne noch einen Daumen oder ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Mal.